Hier drüben! Hier drüben! Zeit der Konkurrenz auszuschalten, Mako! Schwachsinn! Moment! Moment! Führen Sie mich hier hin! Registriert der ZEG IPs in unserem Netzwerk. Fahrer alles für einen Neustart herunter. Na los! Zeig! Halt die Eintenveracht zur Fahrt! Es hat eine verbreitliche Person im Übrigenbereich gemeldet. Ich stehe hier sofort! Was soll das denn werden? Ente hoch! Keine Bewegung! Zentrale Verdächtiger will in Fahrzeug fliehen! Verdächtiger hat das Fahrzeug verlassen. Wir sind dran. Verdächtiger flieht mit dem Baden vom Tato! Verdächtiger flieht mit dem Baden vom Tatort. Verdammt! Hab ihn verloren. An alle! Verdächtiger ist noch in der Nähe! Finden wir ihn! Zentrale, wir sind wieder am Verdächtigen dran. Verdammt, hab ihn verloren. Vielleicht aus einem anderen Winkel. Klingt gut. Kontrolliert die Nebenstraßen. Zentrale, Verdächtige, hat Fahrzeug gewechselt. Ja, gefällt mir. Hier ist es einfach so schade. Und ich weiß nicht, ob die Fotos gar nicht aufkommen sind. Wir müssen nicht von jeder Reise an den Post. Ich? Wow! Der Rücken gibt es immer. Hm? Was hat der denn vor? Ja! Ja! Spitt ihn auf! Ja! 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 Ah! Ausgang! Schiff! Und Schiff! Das ist Vicky. Gah! 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 Ugh! Ow! Ooh! Gah! Agh! Ah! Oh! Das war's für heute. 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 Das war's für heute.